Nun bin ich wieder am Gestalten eines solchen Randes, wo ich auch abgemalt habe. Und man sieht, das ist verhältnismäßig unzulänglich, was ich da mache. Das ist ein bescheidenes Machen, aber das Entscheidende, und deswegen lade ich das auch hoch ins Internet, ist nicht, dass es perfekt ist, sondern, dass ich das mache, mit meiner Hand, mit meiner Intuition. Und es ist weit weg von irgendwas Perfekten, Fehler ohne Ende, und ich bin auch noch nicht fertig, ich will das weiter bearbeiten, und es wird nie was Perfektes werden. Aber es ist etwas, was von mir gemacht ist, und das ist das Entscheidende.